Gerade geschehen gefährliche Dinge mit Mods für die Sims 4, über die ich euch in diesem Video aufklären möchte. Mods und CC sind eine der Grundpfeiler, die für einige Spieler Sims 4 spannend halten und regelmäßig neue Meilensteine setzen, was im Spiel überhaupt möglich ist. Normalerweise sind diese auch ziemlich harmlos, manchmal kommt es vor, dass diese nach einem Update kaputt sind und nicht richtig funktionieren. Nachdem man aber die neueste Version geladen hat, war meistens alles wieder okay. Jetzt sind aber in den letzten Tagen immer wieder Mods auf verschiedensten Seiten aufgetaucht, die mit Viren verseucht waren. Ein Schock für viele Simmer aus der Community. Hierzu hat Sims After Dark einen wichtigen Post mit den betroffenen Mods hochgeladen. Es sind eher Mods von kleineren Creatoren betroffen, aber dafür von einem Ersteller gleich mehrere. Aber was genau bewirkt dieser Virus überhaupt? Bei manchen herunterladbaren Skriptmods wurde Code eingeschleust, welcher automatisch ein ausführbares Programm herunterlädt und dieses auf eurem PC startet. Es liest Daten und gespeicherte Passwörter auf eurem PC aus und ist wohl auch an den Daten aus eurem Internetbrowser interessiert. Hier sind aber eher nicht Creator mit bösen Absichten am Werk, sondern einige der Accounts wurden gehackt und die bereits vorhandenen Mods verändert. Kommt also nicht auf die Idee, die Ersteller der Mods mit bösen Nachrichten zu bombardieren. Das Programm kann nur auf Windows und nicht auf dem Mac oder Linux-System ausgeführt werden. Apple-User sind also zum aktuellen Zeitpunkt sicher. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr betroffen sein könntet, drückt auf eurem Windows-PC die Windows-Taste und R und gebt %Appdata %Microsoft Internet Explorer UserData ein. Wenn hier eine Datei namens Updater.exe enthalten ist, seid ihr leider betroffen und ihr solltet dringend alle eure Passwörter ändern und vielleicht euren PC neu aufsetzen. Ebenfalls ist es sinnvoll, bei Konten die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Curseforge hat ebenfalls ein Tool erstellt, welches nach dem Virus sucht und diesen dann entfernt. Verfallt jetzt aber nicht in Panik, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diesen Virus habt, ist äußerst gering. Passt in nächster Zeit beim Downloaden auf, überprüft vielleicht, wie neu der Account ist und ob dieser erst vor wenigen Tagen erstellt wurde. Lest Kommentare und googelt den Mod, ob jemand eine Virusgefahr ausgesprochen hat und prüft, ob ihr Mods auch wirklich vom Original-Account und nicht von nachgemachten Seiten herunterladet. Diese News hat mich echt überrascht, dass so viele verschiedene Mods betroffen sind, kam auch schon länger nicht mehr vor. Übrigens, bei Instant Gaming könnt ihr einiges auf verschiedenste Sims-Packs sparen. Den Link zur Seite und meinem Gewinnspiel findet ihr in der Beschreibung. Habt ihr bereits von den verseuchten Mods gehört, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.